Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute wenden wir uns mal wieder so ein bisschen in Richtung dem originalen Bias zu. Wir hatten uns die letzten zwei mal mit Funktionslernen bzw. mit Konzeptlernen beschäftigt. Heute geht es um den optimalen Bias und den Gips-Algorithmus. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar, ich habe euch hier ein bisschen was vorbereitet, nämlich einmal eine Wahrscheinlichkeit für die Hypothese 1 gegeben, einen gewissen Datensatz D, die ist 0,4, dann eine zweite Hypothese mit einem Datensatz, die ist 0,35 und eine dritte, die ist 0,25. Gemeinsam ergeben die dann wieder, ja, ziemlich genau 1. So, und was jetzt meine Hypothese hier sagt, ist folgendes. Die erste Hypothese behauptet, dass X, wenn wir es klassifizieren, positiv ist, die zweite und die dritte behaupten jeweils, dass es negativ ist. Was das Ganze jetzt bei H-Map macht, ist folgendes. H-Map würde jetzt einfach sagen, okay, wir schnappen uns hier die wahrscheinlichste Hypothese raus, sprich die hier, weil 0,4 ist größer als 0,35 und 0,25. Das heißt, unser Datenpunkt X ist positiv. Das ist aber nicht unbedingt richtig. Denn normalerweise würde man jetzt denken, okay, 0,35 plus 0,25, das ist zusammen 0,6 und 0,6 ist deutlich wahrscheinlicher als 0,4. Das heißt, unser Datenpunkt ist eigentlich vermutlich negativ und dann haben wir hier nämlich einen Fehler gemacht. Das heißt, hier würde positiv rauskommen, aber wir würden ein Negativ erwarten, weil ja die beiden hier eigentlich wahrscheinlicher sind. Und das ist eben genau das, was den optimalen Bias ausmacht. Wir sagen jetzt nämlich nicht mehr nur, okay, wir nehmen einfach die wahrscheinlichste Hypothese, sondern wir sagen, wir nehmen den besten Klassifikator uns zur Hand. Gut, sagen wir also mal unser V, unser Klassifikator K, der ist der optimale, also der optimale Bias-Klassifikator OB und den berechnen wir aus ArcMax mal wieder über alle Klassifikatoren, die wir uns so vorstellen können und zwar über folgende Wahrscheinlichkeit, mal wieder eine Summe, über alle Hypothesen, ich schreibe hier einfach nur über alle H hin, und zwar über die Wahrscheinlichkeit von dem Klassifikator J, sage ich jetzt einfach mal dazu, also einen Klassifikator, den wir hier, wir iterieren da ja auch drüber, über alle Klassifikatoren, den Klassifikator J, gegeben die Hypothese H, was es genau macht, erkläre ich euch gleich, keine Sorge, geben Hypothese HI mal P von HI gegeben den Daten. Ups, das sollte ein kleines I sein. So, was wir hier jetzt stehen haben, ist folgendes, ich zeige es euch am besten anhand von dem Beispiel, wir brauchen hier den Klassifikator Output, gegeben die Hypothese, das heißt, wie wahrscheinlich ist es, achso, die hier hinten, die haben wir ja eh schon gegeben, also wie wahrscheinlich sind die Hypothesen, das haben wir hier alles schon stehen, und jetzt schauen wir uns einfach noch aus diesen hier an, die brauchen wir nicht mehr, wie die anderen Wahrscheinlichkeiten hier gegeben sind. So, dann haben wir nämlich einmal hier die Wahrscheinlichkeit, dass es positiv ist, gegeben der Hypothese 1, naja, die ist gleich 0, denn wir haben ja gesagt, es ist negativ. Stopp, komplett falsch, die ist 1, wir haben gesagt, dass es positiv ist für die Hypothese 1, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass es negativ ist, gegeben die Hypothese 1, und dasselbe natürlich auch für Hypothese 2 und 3, wobei die gleich sind, deswegen sage ich jetzt hier einfach mal wieder, H von positiv gegeben, Hypothese 2 oder 3 ist jeweils dasselbe, na, ist jeweils dasselbe, deswegen sage ich hier jeweils 0 dazu, und P von negativ gegeben, entweder Hypothese 2 oder aber Hypothese 3, das ist gleich 1, da fehlten gleich 0, so, und jetzt haben wir schon die ganzen Wahrscheinlichkeiten, die wir hier brauchen, um K optimal zu bestimmen, also diesen Klassifikator, das heißt, wir berechnen uns jetzt hier die Summe über alle H für jeden Klassifikator, ein Klassifikator sagt entweder positiv oder negativ, das heißt, wir haben im Prinzip zwei Klassifikatoren, nämlich der erste, der sagt positiv, also K positiv, ist gleich die Summe über alle H, mal, äh, über die Wahrscheinlichkeit von positiv gegeben, jeweils das einzelne H, mal die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, also in unserem Fall positiv über H1, das ist 1, mal die Wahrscheinlichkeit, dass H1 die Hypothese ist, 0,4, plus die Wahrscheinlichkeit für positiv gegeben H2, also 0, mal die Wahrscheinlichkeit, dass H2 unsere Hypothese ist, also 0,35, plus die Wahrscheinlichkeit, dass Positives gegeben Hypothese 3 ist, auch wieder 0, mal die Wahrscheinlichkeit, dass Hypothese 3 unsere gesuchte ist, also 0,25, so, das Ganze können wir jetzt ausrechnen, ähm, ist ziemlich genau 0,4, denn 1 mal 0,4 ist, ja, das hier eben. Okay, jetzt schauen wir uns K negativ an, und K negativ berechnet sich im Prinzip nur mit den negativen Werten hier, aber ansonsten gleich, also 0 mal 0,4, plus 1 mal, ups, Alter, 1 mal 0,35, plus 1 mal 0,25, was 0,6 ist, oh, welch Wunder. Und was wir jetzt hier rausbekommen ist, wir suchen uns ja über ArcMax, also jetzt haben wir im Prinzip nur die Summe hier berechnet, für alle möglichen Klassifikatoren, und jetzt nehmen wir uns den wahrscheinlichsten Klassifikator, sprich den hier, und weisen den K-Opt zu, das heißt, K vom optimalen Bias-Klassifikator ist K negativ, was bedeutet, dass unser X negativ geratet wird. Okay, und somit haben wir schon mal den optimalen Bias-Klassifikator errechnet. Ja, im Prinzip war es das auch schon für dieses Video, und ich habe mich quasi gerade live gegen den Gips-Algorithmus entschieden, ich fand nämlich den EM-Algorithmus irgendwie besser, und deswegen schauen wir uns den als nächstes, nicht als nächstes, sondern als, keine Ahnung, übernächstes oder sowas an, davor noch den naiven Klassifikator von Bias, und dann, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!